Musik Ich heiße Matskowiak, Hartmut. Grüß Gott, Matskowiak, Hartmut. Ich bin Elmar Wepper und ich spiele den Hartmut Matskowiak, einen ziemlich kaputten, schrägen Typ, dem aber ganz Wunderbares widerfährt in der Geschichte. Ich heiße Christian Zübert, ich bin der Regisseur und Drehbuchautor von Dreiviertelmund. Die Hauptdarstellerin heißt Hayat, das heißt auf türkisch Leben und ich wollte eigentlich auch so einen Film machen wie das Leben, das manchmal lustig ist und manchmal traurig ist und man manchmal weinen muss. Hallo, ich bin Mertan und ich spiele in diesem Film Hayat. Sie ist ganz natürlich, sie ist ganz kreativ, sie kann sich konzentrieren, sie hat ein richtiges Talent, sie ist ganz wunderbar. So, schau, die gehst da rein, die kümmern sich um dich. Also komm, packma's. Stell dir an! Lasst los! Stell dir an! Also gut, gehen wir halt nicht zum Friseur. Applaus Sowohl Hayat als auch Elmar, die war es glaube ich zugeschnitten. Ich war total überrascht, dass die Kleine sowas zustande gebracht hat. Ganz entzückend. War sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Durch die Art des Films hat man so eine innere Ruhe bekommen. Super, also ich kann nicht sagen, ich bin echt überwältigt. Also es war wunder, wunderschön. Das ist einfach mal was total anderes und was wirklich Schönes, mal so einen Film zu gucken, weil er einen viel mehr berührt als irgendein Waller-Film. Und das ist vor allen Dingen ein Film, der nicht langweilig ist. Jetzt habe ich auch gelernt, Hayat ist Leben.